Im Kultclub Pony in Kampen stieg am Donnerstagabend die Fit Blanche, das weiße Fest. Seit mehr als 15 Jahren trifft sich die Partyszene bei Wirt Oskar Schnitzer zum Feiern. Eine illustre Gäste-Schar strömte ins Pony. Coole Leute, eisgekühlte Drinks, Clubmusik, das Pony ist ein Szenetreff. Die Partys im Club sind legendär. Die Gäste feierten ausgelassen in die kurze Sylter Nacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017